fest ich will nicht jetzt nicht die Waffe kriegen ne gut ich dachte schon ich kriege die Waffe kaufst du die Waffe die du kaufst ich bekomme Belohnung für Markus Priester Waldläuferbogenschützen ey ich nehme Waldläuferbogenschützen lass mal die anderen Questes auch abgeben die da blau auf der Karte sind ich hab nur eine ich hab zwei das Wetter gespielt ich muss auf so komischen Hof da kommst du mit ich muss noch irgendeinen Typen bei den Baumwindschattenaffen gesucht Baumwindschattenaffen ja genau ach ich muss so ein Schlüssel finden ja Genos Geons verloren und Feldeber muss ich noch Discolakel Heldkampf muss ich noch hier sind die Baumwindschattenaffen hier sind die Baumwindschattenaffen das sind Baumwindschattenaffen wenn ich das sage sind das welche irgendwo hier da da hinten da hinten boah perfektes gel ey so gleich ein Feuer hieb beim Waffen Angriff so ich hab den Schlüssel ich hab den Schlüssel Bandicake erhielt alter Schlüssel ich erhielt alter Schlüssel na toll ihr könnt uns auch gerne bei Shaya adden hoffe ich mal dass ihr das könnt oder nee das können sie ganz und gar nicht ja man weiß ja nie sind nicht alle so dumm ah manche Leute sind zu dumm ja gebe ich dir recht ja siehste ich gebe ja die anderen Kürze ok mach das ich muss weit laufen eure Mütter sind sind Frauen stand da eben ach die Quest holt mir wo noch ich nicht Raum los hä wie bist du da hingekommen Portal boah muss ich da laufen ach da bist du Butterbrain ich bin sportlich also laufe ich lieber ich weiß glaube ich noch wo es die Wildeber gibt die Waldwiesen Waldwieseneber Feldeber was du Quest hast du ey du hast ganz andere als ich das sind wilde Eber scheiße ja die waren wieder in einer anderen Stadt ich habe insgesamt drei Quests ich habe eins zwei vier was hast du denn alles für Quests angenommen ja ja keine Ahnung ja keine Ahnung Portalreise ja das habe ich auch auf muss auf Botans Botaneshof einbesuchen das habe ich auch ja mit den Laken und erhalte den Sicherheitsschlüssel oder so Sicherheitsschlüssel das war bestimmt die Quest die du eben angenommen hast ja so dann so ein Scheißheld den es nicht gibt Held am Held gibt es nicht Ach cool hier ist der Feld immer Scheißspiel mit dem professionellen Händler Joey und wieder über den Affen gesprungen jetzt springe ich über den Elch vor allem diese Sprünge dass man so hoch springen kann geht ne gleich gibt es die hier Ah ich habe sie gefunden Ach da laufe ich mal zu dir Ich habe jetzt auch diese Botanhof Geschichte Eine ist schon tot Ach so hier vorne im Umkreis Ach jetzt schreibt er mich hier an ey Wer Schläger Der Schläger schreibt mir an Hi Immer nett sein hier Alter machst du viel Damage Und tschüss Ich 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 geh mal zu den Hof. Kommst du mit gleich? Ich warte hier. Moment, irgendein A hat mir jetzt gerade mit meinem Mob gesteilt. Das war bestimmt der Schlägertyp. So, hab ich's doch geschafft. Ich muss noch die Quest mit den Diskus-Helden da oben abgeben. Kann ich dann später noch machen? Ja, jetzt oder später? Ja, dann jetzt. Big Little. Big Little. Ja. Spring ich drüber. Erster. Du bist durchgelaufen. Ich bin durchgesprungen. Du bist vor ihm gelandet und dann durchgelaufen. Erster ist gleich springen und durchgelaufen. Meins. Es ist eben viel Rennerei hier. Mhm. Oh. Emil Meiser. Ich seh dich. Ich seh dich auch, leider. Spring nochmal. Mist. Ach, jetzt bist du schon zu weit hinten. Daniel, Alter. Er braucht sich nicht umdrehen, äh. Der dreht sich einfach um. Jetzt dreht er sich wieder zu uns. Vor ein Assi-Kopf. Er mag uns nicht. Boah, der hat wieder ne Quest für mich. Du bist Priester, du musst die Quest machen. Ich bin der Vater des Priesters. Werde ich jetzt aber nicht machen. Ach, ist er gleich um die Ecke. Okay. Warte. Nö. Doch. Okay, ich geh zum professionellen Händler. Emma. Roasch. Okay, die mach ich später. Ich hab ein Kristall des Geistes. Böse. Unverfaulte Bananen. Cool. Braucht man. Ja, kann man essen. Schmuckhändler, was hat der denn schönes? Schmuck. Nix. Oh, toller Schmuckhändler. So, mal auf die Karte gucken. Er guckt auf die Karte, ey. Boah. Nix. Wie schlecht bist du denn? Echt, ey. Kairo-Tamine. Oh. Oh. Das ist die ganze Insel. Meine Güte, da werden wir ja noch viel zu tun haben. Oh, ich lauf bin jetzt schon. Das ist die ganze Insel. Geht noch. Oh, ich muss wissen, wo wir sind. Gebe es Eber suche ich. Fisch, das ist die ganze Insel. Oh, ich muss da sein. Und hier in der Nähe war auch irgendwie ein Zwischenboss so ein kleiner. Super, machen wir fertig. Nach vielen Mob-Steals habe ich endlich geschafft, den zu besiegen. Das ist auch noch eine Sache, die ich weiß. Weißt du viel, ey. So ist das nun mal. Da hinten ist ein Schwein. Schnüffel, Brüssel, Schnüffel, Schnuff. Du sollst nicht die Tiere ansprechen, du sollst Noel ansprechen. Das steht da wirklich. Ja, da kann ich auch nichts für. Ich spreche Jessica Robin an. Timber, was? Ah, wo ist dieser Scheißhof? Ach da, gleich um die Ecke. Essenslieferung. An Wilson. Jessica Robin, guck mal her. Jagt nach den Zwergen. Zwergenbanditen. Fünf Stück. Mal sehen, was das Hüse sagt. Gorki die Gork, ne. Gaka gaka. Der Hund macht Wurf. Ach. Echt. Ne, der macht Wauwauwuff. Ach.